Unterwegs im Unterwallis, zurück vom grossen St. Bernhard, hier in Burg Saint-Pierre. Ein historisches Dorf, wo auch Napoleon Bonaparte ein Bivak bezog. 2. Mai 2021, der Winter ist zurückgekehrt. Das Valantrimo bietet viele wunderschöne Skitouren und Sommerbergtouren. Es ist auch Ausgangspunkt für den Movela und den Gran Gumba. Besten Dank und allen guten Touren!